Hm, was ist das für ein komisches Geräusch? Oh nein, riesige Matschkugeln! Passt auf! Wenn wir Blaze retten wollen, müssen wir irgendwie an diesen Matschkugeln vorbeikommen. Aber wie? Wow, ein Elefant! Und er hat das perfekte Tiermerkmal, um uns zu helfen. Einen Rüssel! Elefanten leben, wo es warm ist und müssen sich abkühlen. Mit der Zeit haben sich ihre Rüssel so angepasst, dass sie Wasser einsaugen und wieder rausspritzen können. Sie spritzen es sich auf ihren Körper und in ihr Maul. Hallo, Elefant! Kannst du Wasser aus deinem Rüssel spritzen, um die Matschkugeln kaputt zu schießen? Super! Dann tanken wir noch schnell Wasser und los geht's! Juhu! Wir müssen dem Elefanten sagen, wann er spritzen muss. Wenn ihr Matschkugeln seht, ruft Matschkugeln! Matschkugeln! Juhu! 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 Sehr gut gemacht Elefant! Juhu! Passt auf! Wenn ihr noch mehr Matschkugeln seht, ruft Matschkugeln! 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 Gleich haben wir es geschafft. Wenn ihr noch mal Matschkugeln seht, ruft Matschkugeln. Matschkugeln! Super! Das war's mit den Matschkugeln. Danke, Elefant. Ja, genau, Öffchen. Da ist die Matschgrube. Halte durch, Blaze. Freunde, auf zur Rettung! Blaze, hier oben! AJ, du hast es geschafft! Ganz genau. Und ich habe Freunde mitgebracht, die dich da rausholen. Wow! Hallo, ihr drei! Okay, Freunde. Fangen wir gleich an. Glühwürmchen, kannst du uns eine lange Kletterpflanze suchen? Perfekt! Elefant, halt die Kletterpflanze mit deinem starken Rüssel fest. Und wir klettern dran runter. Und los! Okay, Öffchen. Jetzt schwing mich bitte zu Blaze rüber. Super gemacht, AJ. Schön, dich wieder auf dem Fahrersitz zu haben. Danke, Blaze. Und jetzt bringen wir dich wieder hier raus. Aber das wird nicht leicht werden. Der Matsch ist super klebrig. Du schaffst das, Blaze. Ich gebe dir noch zusätzlich Power. Und zwar durch... Turbospeed! Ich bin bereit, wenn du es auch bist. Damit Blaze Turbo schnell wird. Ruft, gib speed! Gib speed! Ja! Oh, yeah! Ja! Das war's! Ja, geschafft! Danke euch allen. Ich wäre da niemals ohne eure Hilfe rausgekommen. Gern geschehen, Blaze. Hey, jetzt wo du sicher bist, was wollen wir machen? Tolle Idee, kleines Äffchen. Lassen wir den Drachen steigen. Ja! 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 Ich bin ja! Ja! Ich bin ja. Jaoo! Das war die Musik groß. Jag! Ja! Ja! Ja, ja!